Okay, wir haben uns bislang ja mit Gruppen beschäftigt, aber irgendwie komischerweise nur mit unendlich großen Gruppen. Also Beispiel die ganzen Zahlen mit der Addition. Die ganzen Zahlen sind eine unendlich große Gruppe. Oder die Menge aller linearen Funktionen ist eine unendlich große Gruppe. Es gibt aber auch endlich große Gruppen, man sagt auch einfach endliche Gruppen, also Gruppen, bei denen die Trägermenge, die Menge, um die es geht, nur endlich viele Elemente enthält. Und die schauen wir uns an. Und zwar gibt es eine ganz spezielle Klasse von endlichen Gruppen, wobei wir müssen noch zeigen, dass es Gruppen sind, darum geht es in der nächsten Aufgabe. Okay, also von endlichen Mengen, bei denen wir zeigen wollen, dass es Gruppen sind, nämlich Symmetrie Mengen von Vielecken. Also zum Beispiel das Rechteck. Eine Symmetrie ist eine Abbildung einer Figur, die die Figur auf sich selbst abbildet. Eine Symmetrie ist eine Abbildung, die eine Figur auf sich selbst abbildet. Sieht jemand eine Symmetrie hier bei dem Rechteck? Was können wir mit, welche Abbildung bildet das Rechteck auf sich selbst ab? Hexe. Die Hälfte vom Rechteck. Die Hälfte vom Rechteck ist eine Figur und keine Abbildung. Du denkst schon, das Richtige. Wie heißt die Abbildung? Du denkst, die Hälfte vom Rechteck bildet das Rechteck auf sich selbst ab. Ja, wie heißt die Abbildung dazu? Welche geometrische Abbildung bildet das Rechteck so auf sich selbst ab, indem man hier so rumklappt? Weißt keiner? Achsenspiegelung. Die Spiegelung an dieser Achse hier. Ich nenne die gerade mal hier S. Die Achsenspiegelung hier bildet das Rechteck auf sich selbst ab. Wenn ich an dieser Achse spiegele, wird die Seite auf die abgebildet, die auf die und am Ende bleiben das Rechteck wieder auf sich selbst. Gibt es noch eine andere Symmetrie? Genau. Eine Achsenspiegelung an dieser Achse. Gibt es noch eine? Punktsymmetrie, genau. Also die Spiegelung an, die Punktspiegelung an diesem Punkt hier. Wenn ich an diesem Punktspiegel, bedeutet das, diese Ecke hier wird hier rüber gespiegelt, diese Ecke wird hier rüber gespiegelt und so weiter. Wir können eine Punktspiegelung daraus machen. Die Punktspiegelung ist die gleiche Abbildung wie eine andere Abbildung, die das gleiche macht. Weiß jemand, welche noch? Die Punktspiegelung ist äquivalent zur Drehung um 180 Grad. Ich könnte das Rechteck auch genauso gut um 180 Grad drehen und es wird wieder auf sich selbst abgebildet. Gibt es noch weitere Symmetrien im Rechteck? Achsenspiegelung hier, Achsenspiegelung hier, Drehung um 180 Grad bzw. Punktspiegelung. Gibt es noch eine andere? Es gibt noch eine vierte. Eine sehr einfache. Ich verrate sie euch, die Abbildung, die gar nichts macht, die jeden Punkt auf sich selbst abbildet. Man sagt auch die Identität. Die Drehung um 360 Grad zum Beispiel. Oder die Verschiebung um 0 Zentimeter oder so. Die Abbildung, die nichts ändert, die Identität ist auch eine Symmetrie. Das sind Abbildungen und wir haben jetzt hier eine Länge mit vier Abbildungen, nämlich die Identität, die Drehung um 180 Grad, die Achsenspiegelung an S und die Achsenspiegelung an T. Man könnte jetzt unterschiedliche Bezeichnungen einführen, wenn das die Gerade S ist und dann könnte man die Spiegelung an der Gerade S mit so einem Querstrich machen oder so, aber das machen wir nicht. Also wir unterscheiden da jetzt nicht großartig. Und jetzt schauen wir uns diese Menge an mit einer bestimmten Operation. Welche Operation könnte man nehmen? Habt ihr eine Idee? Bezüglich dieser Symmetrie-Abbildungen. Das kann man mit Abbildungen operativ machen. Verknüpfen. Genau. Verknüpfen. Die große Frage ist jetzt, ist die Menge dieser Rechteck-Symmetrien mit der Verkettung als Verknüpfung eine Gruppe, ja oder nein? Das ist eine der Fragen, die ihr zu Hause beantworten werdet in Vorbereitung auf die nächste Woche. Ich helfe euch jetzt nur dabei, wie man sich das nochmal ein bisschen genauer anschauen kann und was man untersuchen kann. Und zwar, da wir eine endliche Gruppe haben, kann man sich einfach mal alle Verknüpfungsergebnisse aufschreiben. Und das machen wir folgendermaßen in einer Verknüpfungstabelle. Wir verknüpfen ID, D180, S und T mit ID, D180, S und T. Und vielleicht gleich noch vorweg schickend. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass man bei der Verkettung von Verknüpfungen sich einigen muss. Was macht man als erstes? Vorhin haben wir gesagt, F von G. F von G, F verkettet mit G ist F von G von X. Das heißt, erst wird G angewendet und das Ergebnis G von X in F reingesteckt. In dem Bereich der Abbildungen, der geometrischen Abbildungen, hier, Symmetrieabbildungen und so weiter, da ist es manchmal einfacher, dass man sagt, A verkettet mit B bedeutet, ich wende erst A an, ich wende als erstes A an und als zweites B. Weil man hier nie in, oder nicht so naheliegend übergeht in die Darstellung von X. Bei F verkettet mit G, von vorhin bei der linearen Abbildung, hat man F von G von X und dann ist es sinnvoller, erst G anzuwenden und dann F. Aber da wir hier nie in die von X Darstellung übergehen, einigt man sich oftmals darauf, dass im Bereich dieser Abbildung A verkettet mit B bedeutet, erst A, dann B. Okay? Also wir haben es mal so, mal so, damit leben wir jetzt sozusagen. Gut, was ergibt, und jetzt müssen Sie sich halt überlegen, was ergibt denn zum Beispiel die Drehung um 180 Grad als erstes verkettet mit der Drehung um 180 Grad als zweites? Was kommt da raus? Ich drehe um 180 Grad und dann drehe ich um 180 Grad. Was passiert dann, Elvis? Die Identität. Genau, dann habe ich nämlich insgesamt um 360 Grad gedreht. Ja, kennt jemand noch einen anderen Wert, den ich hier eintragen kann in die Tabelle? Idee verknüpfe, die D ist Idee. S mit S, ich, Achsenspiegelung an S und nochmal Achsenspiegelung an S bedeutet, ich habe gar nichts geändert am Ende. Bei dieser Achsenspiegelung ist das auch so. Bei T verkettet mit T, ja? Okay, das wolltest du auch sagen, Entschuldigung. Ja. Was ist noch sehr leicht auszufüllen? Luca? Drehung und S ist Idee? Drehung und S ist Idee? Ist T? Will die fehlen? Man macht so und dann so, genau. Ist gar nicht so einfach zu, ja? S, die Drehung und S, ne? So, die S hätte ich zu T gemacht. Hättest du T gemacht? Warum? Ich gebe euch mal einen Tipp. Tipp, aufgepasst. Bezeichnet die Eckpunkte. Und überlegt euch, was passiert. Also wir wollen jetzt folgendes uns anschauen. Nehmen wir vielleicht mal zwei verschiedene Farben. Erst S. Verkettet. Ne, du wolltest erst drehen oder erst? Erst drehen, ne? Erst drehen. Okay. Machen wir erst die Drehung um 180 Grad. Und dann sind wir gleich fertig. Verkettet mit S. Okay? A, B, C, D sind die Eckpunkte. Was passiert, wenn ich um 180 Grad drehe? Welcher Punkt landet hier? Um 180 Grad gedreht landet hier C, da D, hier A und da B, richtig? So, jetzt haben wir um 180 Grad gedreht. Dann liegt A, B, C, D, das Rechteck so. Jetzt wenden wir noch die Achsenspiegelung S an. Wo landen welche Punkte? Hier haben wir jetzt C nach der Drehung. Wo landet C nach der Achsenspiegelung? Hier, ne? A und D hier. Und hier oben auch. Hier landet B und hier landet A. Also, um 180 Grad verkettet mit der Achsenspiegelung S bedeutet, das Dreieck A, B, C, D wird abgebildet auf das Dreieck D, C, B, A. Welche einfachere Abbildung ist das? T, genau. Weil T A hier hoch abbildet und D darunter und C hier runter abbildet und B da hoch. T, kommt T raus. Also D 180 als erstes verkettet mit S, als zweites ergibt T. Stopp. Das ist eure Aufgabe. Ich glaube, euch zum Beispiel bei den Symmetrien des Rechtecks zu überlegen, wie ist die Verknüpfungstafel und anschließend zu begründen, ist das eine Gruppe, ja oder nein. Aber nicht nur bei den Symmetrien des Rechtecks, sondern auch des Quadrats und des gleichseitigen Dreiecks. Ich habe euch schon eine Aufgabe freigeschaltet online, die das Ganze aufführt. Und man unterscheidet auch, manchmal betrachtet man alle Symmetrien, das nennt man dann Symmetriegruppen, also Achsenspiegelungen und Drehungen in einem. Manchmal schaut man sich aber zum Beispiel auch nur die Drehungen an, ohne die Achsenspiegelungen und so weiter. Und das sind alles endliche Gruppen, das heißt, ihr könnt Verknüpfungstafeln aufstellen, die mal ausfüllen, euch genau anschauen und für jede dieser Aufgaben begründen, ist es eine Gruppe oder nicht. So, ich beende mal den Stream. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.